Ich bin die Angela Achroner. Wir sind da jetzt am Erlachhof. Ich bin seit 2007 da am Hof. Wir haben Milchviehwirtschaft, 18 Milchkirchen mit Nachzucht, Hühner, Ziegen, Katzen, Hund. Wir haben auch Vermietung mit Urlaub am Bahnhof und darf heute eine Gerstensuppe kochen. Bei meiner Gerstensuppe fange ich an mit den Zwiebeln zu schwitzen. Ich tue dann die Wurst, das Gesächte oder einen Speck dazu. Ich gebe dann den Lauch, Karotten und Sellerie klar geschnitten rein und lasse das ein bisschen anbraten. Die Gerste dazu. Und dann mit Suppe aufgießen. Und dann köchelt das Ganze eine Dreiviertelstunde. Salz, Pfeffer, Schnittlauch, Petersilie, wenn man mag, Bohnen und dann haben wir es. Gutes Gelingen, Mahlzeit. Schnittlauch, Sprecher, Schnittlauch, Schnittlauch. Viggenen, Mahlzeit. Vielen Dank.